In diesem Video schauen wir uns an, was das Marktgleichgewicht ist. Wir haben uns in den vorherigen Videos die Angebots- und Nachfragekurve genau angeschaut. Jetzt müssen wir diese beiden nur noch verbinden. Wir fügen die beiden Kurven in das Koordinatensystem und erhalten genau an dem Punkt, wo sich die beiden schneiden, das Marktgleichgewicht. Das ist genau der Punkt, an dem die nachgefragte Menge gleich groß ist, wie die angebotene Menge. Man spricht hier auch von einem geräumten Markt. Weshalb geräumter Markt? Ganz einfach. Gehen wir von unserem Schokoladenbeispiel aus. Alle Anbieter entscheiden sich, die Schokolade für 3 Franken anzubieten. Die gesamthaft angebotene Menge beträgt in diesem Fall 200 Stück. Für 3 Franken werden aber nur 100 Stück nachgefragt. Logische Schlussfolgerung. Wir haben einen Angebotsüberhang bzw. einen Angebotsüberschuss von 100 Schokoladentafeln. Was passiert jetzt ganz automatisch? Damit die Anbieter nicht auf ihrer Schokolade sitzen bleiben, entscheiden sie sich, die Schokolade günstiger anzubieten. Einige verschwinden vom Markt, weil ihnen das Geschäft nicht lukrativ genug ist. Und Stück für Stück treffen sich die beiden Kurven. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann spricht man eben, wie schon erwähnt, vom geräumten Markt. Alle Abweichungen wurden geräumt. Das war es auch schon mit dem Video zum Marktgleichgewicht. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie sich das Marktgleichgewicht verändern kann.